Okay. All right. Let's go. Ich tue so, als wüsste ich nicht, wo wir als nächstes hinkommen. Hold the frisish. Haben wir das schon durchgeguckt? Ich habe irgendwie plötzlich das Verlangen, mit dem rechten Joystick das als Kamera zu benutzen. Ja, schön wär's. Aber das ist ja ja nicht so. Woher kommt das durch Inquisition wahrscheinlich? Nix. Das ist doch immer so, eigentlich. Meistens. Ja, nur nicht in diesem Spiel. Das darfst du. Nein, nein. Oh Gott. Mein Vater zum Beispiel kommt damit gar nicht klar. Als ich Last of Us gespielt habe, wollte er das mal auch zocken natürlich. Und da habe ich ihm das gegeben und das war dann immer Papa. Ist das Grafgefühl oder? Nee, ist irgendwie zu. Well, dann... The hole is ball. Okay. Wir haben aber bestimmt irgendwo einen Hammer oder sowas. Ja. Selbst ist der Mann... Kurz, kurz Gedanken zu Ende bringen, weil ich wusste das immer, wenn Let's Player das machen. Ähm... Ich wusste beim Vater einmal erinnern, wo sein anderer Daumen ist. Weil er war nie auf dem rechten Stick und ist dann halt quasi blind gefahren, sozusagen. Es gibt nichts Schlimmeres. Hier liegt ja ein Werkzeug, hast du drum. Ja. Direkt, wo man reinkommt. Oh. Können wir uns oder jemanden abfackeln? Okay. Ja. Okay. Diese Dinge könntest du gebrauchen, Henry. Gott, ich... Meint er nicht... Achso, nee. All over the place. Oh, oh, das... Oh, das ist aber schmutzig. Ja, toll. Soll ich also alles abfackeln oder was? Das ist doch schwarz, dann ist doch Stein. Ja, dann... Können wir das vorher schon so detailliert angucken oder ist das gerade irgendwie ein neues Feature? Doch. Der ist... Aber es ist ja alles nicht interessant, von daher gibst du wieder. Äh, guck nochmal durch das, oder? Dieses kleine Loch. Durch all Reads. Ja, oder vielleicht jetzt wieder im Kühlschrank. Spannery. Nicht so, aber... Kopf! Gut. Genau, wir waren es, wie immer. Vielleicht mit der Ba... Achso. Mit der Bra... Was ist... Ist das eine... Bratpfanne ohne... Was ist das? Guck es dir nochmal an. Es hat keine Henkel. Es ist eine Bratpfanne. Das ist das gruseligste, was ich bisher gesehen habe hier. Living on the edge. Fast die heiße Bratpfanne. Mit den Fingern an, genau. So. Nein! No, I'm so sorry. Das da. Ja. Boom! Ja, das war letztendlich... Ja, I get it. Haben wir... Vielleicht guckst du auf den Computer. Ja, oder was haben wir denn gerade mit? Das kann sich ja doch nicht aus. Wir haben... Wieso haben wir dieses Bug Spray dabei? Bug Spray? Das ist so... Achso, stimmt. Das ist kein... Das ist... Spray-Paint. Bug Spray im Sinne von Insekten-Spray. Ich dachte halt, Bug mit B-A-C-K. B-A... Backen. Ach. Kuchen-Backen. Ich weiß nicht, was ein Bug Spray ist. Aber es gibt ja auch so Sprühbutter. Du Sprays hast einen fertigen Kuchen. Das ist Bug Spray. Naja, vielleicht so... So... Hefe-Spray-Butter-Unsinn. Hefe-Spray. Den du auf den Öfen sprühst. Ich meine, in Amerika gibt es Sprühkäse. Ja, siehst du, so weit entfernt ist meine Idee. Ja, auch nicht. Aber wir können... Du kannst doch deine Waffe hier nicht ausrüsten, oder? Nein. Okay, ähm... Verpackt mal... Was ist denn eigentlich das? Das ist wirklich Bug Spray. Ich hatte recht! Begeisterung meinerseits ist nicht vorhanden. Meine Begeisterung ist groß genug für uns beide. Auch für dieses Spiel? Ja. Nein. Okay. Fuck it, know it. Boins? Oh, diese friggin' Coins. Erinnerst du dich noch damals, als wir noch den Coins gesucht haben? Oh, leider. Gut. Wir haben einen Schlüssel. Wofür ist der Schlüssel? Ja, aber kannst du die mal die Sachen wegtonen? Was ist das für eine Karte? Key... Äh... Warte, stopp. Wessen... Achso, können wir da vielleicht unsere Tür aufschließen? Nein, bestimmt nicht. Ha! Äh... Some kind of frightening thing. Aber ich kann die ja nicht. Can't use this here. Was? Ah, du kannst die Scheiße besuchen. Dann benutzt mal eine Axt oder so. Oder benutzt mal die Schlüssel hier. Oh ja, ähm... Amazing. Ja. Scherzkeks. Okay. Nein, gut. Das Problem mit dem Spiel ist halt, ich weiß immer nicht, ob es falsch ist oder ob es einfach nicht funktioniert, weil wir wieder etwas nicht angucken können. Ja. Dann probier doch mal die Axt auf der Wand. Okay. Das ist jetzt schon mal richtig so ein Point and Click-Ding geworden irgendwie. Das Spiel durchläuft alle Genres. Und bricht alle Konventionen. Äh, okay. Ähm... So. Ja. Ja. Hat sich das Ding schon mal gedreht? Ja. Ja. Wach doch mal auf und guck das an. Ja, guck nochmal raus, oder was? Wieso nicht? Ich dachte, wir fangen an zu spielen und sind stuck in unserem Apartment. Sehr gut. Sind wir irgendwie total blind und es gibt irgendwie Neues. Was gibt's denn im Himmel? Ist das der Himmel oder ist das Frosting am Glas? Oder ist es einfach nur Buggy-Pick-Seaport? You never know. Rätsel des 21. Jahrhunderts. Aber das geht auch nicht. Oh, ich stehe wieder im Bett. Ja. Das ist die scariest von ever. Also... Ist das Angela? Nein. Ähm. Oh. Okay. Ja, guck mal mit dem Schrank. Das heißt, vielleicht ein Loch im Schrank symbolisieren für seine Hidden Sexual Crisis. Kannst du haben hier eine neue Nummer? Ähm. Nein, wo an, wo an? Nach wie vor. Warte, warte. Eileen. Und wo sind denn die Buchstaben dafür? Hier. A-I-S-E-E-N. Sweet. Ich verstehe nicht, wir müssen doch uns den Hammer holen und das einschlagen. Oder? Ich weiß nicht, das wäre ziemlich viel Interaktion für dieses Spiel. Aber ist hier ne... Da musst du es mal? Ich schalte mal den Fernseher ein. Geht nicht. Und dann macht das Radio... Kann man den nicht anmachen? Dann mach das Radio an. Ja. Er sagt ja auch nichts dazu. Das ist plötzlich... Was hat das schon mal? Ich weiß es nicht. Das ist 3-year-old-child. Aber der Junge ist doch älter als 3, oder? Ich hab keine Ahnung. Von Kindern. Ja. I'm so confused. Again, dann. Nee. Mein Daumen ist auf dem rechten Joystick und er bringt Ypsilutko nichts. Und ich versuche damit, die Kamera zu drehen. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vielleicht hätten wir es... Boom! Nee, erschreckt. Bisschen... Boom! Nee. Was soll ich... Geh nochmal in diesen... Hier, zu dem kleinen... Zu dem... Hier, hier. Es muss doch so sein, dass man sich hier ein Tool holt, mit dem man... Guck mal. Es muss doch so sein. Ich... Ja, aber... Ist das zu viel Logik für dieses Spiel? Ich guck erstmal überall hier unten rum. Ja. Genau, wir machen systematisch. So. Ja, die hat Blood all over the place. So. Mit einem Code-Hanger. So. Ich guck nochmal. Oh. 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 Diese feuchte Stelle. Oh. Oh. Was? 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 Warte. Ich hab das so schimmelt. Aber ich gebe nicht zu, dass ich einfach nicht genug gelüftet habe. Das ist ein Liefer-Themen. Jesus auf dem Toast und der Satan an der Wand. Deine Excuses werden langsam echt lächerlich. Das haben wir jetzt hier rausgefunden und der Schimmel, aber es bringt uns nicht mehr was. Da oben ist noch mehr Schimmel. Das sieht doch auch aus wie... Oh, in einer Cardboardbox. Nothing. Interesting. Okay, ich gehe jetzt nochmal ins Badezimmer, durchsuche alles. Vielleicht ist ja hinterm Duschvorhang irgendwer. Oh, endlich, bitte. Ich kann doch jetzt nicht in den Bauch zurückkommen. Was ist denn? Das kann doch nicht sein. Das wird so dumm. Nein, wir sind nicht dumm. Das Spiel ist doof. Okay, hier ist es etwas Neues. Blöd. It's dangerous. Blöd. It smells horrible. Just like that waterfall. Oh mein Gott, der Charakter erinnert sich an etwas, woran wir uns auch erinnern. Das ist ja so exciting. Ich bin so connected mit ihm. Ja, ne? Die Bathrobe ist es. Hello. The Clover. I don't need you. Weiter geht's. Guck nochmal hoch. Warte, ich guck erstmal auf dieser Ebene an. Boah, da, also wenn ich... War da links jetzt noch irgendwie? Guck mal. Ah. Ah. Oh, okay. Ist das ein Clou? The Kitchen... Geh zur Kitchen Faucet. Warte, ich guck mal, ob noch ein paar Dämonen hier in den Ecken sind. So, der meinte, ist das einfach ein... Stell dir vor, so Schimmel-Anti-Werbung. Haben sie auch Dämonen im Haus? Ja. Hier ist das Bug-Spray. Keine Ahnung. Gott. Ich weiß nicht, wie soll ich. Okay. Aber du kannst, du musst Wasser holen. Wofür? Ich weiß nicht, aber er hat dir das gesagt. Hol Wasser. Ja, ja. Irgendwas ist hier. Was ist hier? Ich kann nicht anständig... Ah. Gucken. Ja. Ja, oh! Warum sagst du mir denn das dann? Ja, wahrscheinlich wollten sie es realistisch machen, weißt du, er kann... Denkt sich Sachen. Nein, nein, er kann hier überlegen, obwohl er nicht rauskommt. Oder ohne Wasser? Ich meine, er hört nicht zum Kühlschrank, aber egal. Warte, kannst du... Oh, ohne Wasser, kein Überleben. Und ohne Arme, keine Kekse. Kannst du dich... Guck mal, da ist noch ein Demon Stain. Bitte, nee, wirklich jetzt. Guck es dir an, bitte. What's this? Okay. Kannst du... Nicht wie ein Schimmelpilz suchen? Kannst du bitte die Pfanne ohne Henkelhau mal angucken, weil da konntest du gerade Auge... Er meinte doch, er kann kein Gas hier machen. Ach so, scheiße. Aber dafür hast du jetzt... Guck nochmal ins Loch. Da sind jetzt auch so Stains. Sind die schon... Waren die schon immer? Rechts sind die neben dem Loch? Wenn du jetzt so von der Seite guckst, guck mal, das sind auch so Stains. Schimmel. Guck nochmal, wir gucken jetzt immer durch. Yeah, wassup. Soll ich länger gucken, bis sich der Hase auf uns zuglitcht? Das geht doch nicht, dass wir jetzt schon hier so Feuer machen. Hallo? Das kann wirklich nicht sein, oder? Game. Hier seine, ich sag nicht, was ist Box. Soll ich den Schimmel suchen? Vielleicht. Das kann ja sein. Warte, was war da oben? Haben wir irgendeine... Oh, du... Kannst du mal... Wir haben auch kein Objective gekriegt oder so, letztes Mal noch? Ich glaub das wirklich nicht jetzt. Also... Das geht schon nicht. Wir lesen jetzt nochmal Joseph's Article. Achso, das war die... Achso. Ich bin, ich bin, ich bin so confused. Du musst nochmal die Tür, du musst das Schlüsselbund nochmal auf die Tür anwenden. Beziehungsweise, hast du schon mal versucht, die Axt anzuwenden? Ja. Aha. Haben wir noch... Ja, hast du es probiert? Probierst du noch. Warte, ich guck mal, ob wir vielleicht eine Berberus-Jug-Tut-Waffe haben. Gibt es an der Decke irgendwie schon mit? Was soll ich hier tun? Also vom Stomping... Ich glaub, A, ich glaub, wir versuchen jetzt zu simulieren, wie es sich anfühlt, in diesem Raum geschlossen zu sein. Du kannst ja nix tun. Es gibt ja keine Bücher oder so. Ich wollte vorschlagen, sie wollen zeigen, wie es ist, ein Insektenbeseitiger zu sein. Erst stompst du die ganze Zeit, dann hast du Bugspray gefunden und jetzt wirst du Schimmel. Wie heißen die bei Breaking Bad? Vamos Pestos? Irgendwie sowas. Wir sind... Das Ganze ist eine Allegorie zum heimlichen Meth-Herstellen in dieser Wohnung. Okay, calm the fuck down. Und die Geister sind seine möglichen Selves, wenn er Meth oder nicht nimmt. Okay.